Wir setzten uns von Angesicht zu Angesicht hin. Sie können mit dem Bus zum Bahnhof fahren. Der Winter in New York kann sehr kalt sein. Ich hätte fast einen Fehler gemacht. Wir wohnen in der Nähe einer großen Bibliothek. Sie hängte den Kalender an die Wand. Es dauerte fünf Minuten, um zum Bahnhof zu gelangen. It took five minutes to get to the station. Komm morgen wieder. Sie spielt Gitarre. Er raucht nicht. Das Wetter ist normalerweise im Juli heiß. Ich mag diese Jacke nicht. Du siehst krank aus. Du siehst krank aus. Halt die Klappe. Das sind nicht meine Bücher. These aren't my books. Hast du den Roman fertig gelesen? Have you finished reading the novel? Wer kümmert sich um ihren Hund? Wer kümmert sich um ihren Hund? Who will look after your dog? Er hat den Weltrekord gebrochen. Hast du keinen Durst? Aren't you thirsty? Er will uns wiedersehen. Er will uns wiedersehen. Diese Bücher gehören ihnen. Those books are theirs. Wasch dein Gesicht. Wash your face. Ich frage mich, ob sie ihn heiraten wird. I wonder if she will marry him. Frag ihn, wo er sein Auto geparkt hat. Ask him where he parked his car. Mein Vater raucht. Mein Vater raucht. Mein Vater raucht. Ich bin aus Tokio. Ich bin aus Tokio. Er spielte Tennis. 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 Kannst du diese Problem machen? Kannst du diese Problem machen? Kannst du diese Problem machen? Sie läuft schneller als ich. Sie läuft schneller als ich. Ich fange gerade erst an. Ich fange gerade erst an. Er hat bei der Biologie-Prüfung betrogen. Er hat bei der Biologie-Exam. Er hat bei der Biologie-Exam. Hattest du gestern viel zu tun? Ich wünschte, ich könnte es. Ich habe Ohrenschmerzen. Ich gehe zweimal im Jahr zu meinem Vater. Er versprach zu kommen, aber er kam nicht. Das ist ein Buch. Sie haben vergessen, die Tür abzuschließen. Pass auf dich auf! Er scheint kein Amerikaner zu sein. Ich möchte, dass du mit mir kommst. Ich bin um halb sechs wieder da. Er sagte kein Wort. Ich liebe dieses Bild. Ich habe ihn gerade erst gesehen. Der Mann beraubte ihn seines ganzen Geldes. Was sind deine Stärken? Auf dem Schreibtisch liegt eine Schere. Hattest du gestern eine gute Zeit? Jemand spielt Klavier. Wer ist diese Frau? Wer ist diese Frau? Ich kenne keinen von ihnen. Ich kenne keinen von ihnen. Du solltest besser nicht gehen. Du solltest besser nicht gehen. Darf ich mir dein Wörterbuch ausleihen? Sie trat die Tür ein. Sie trat die Tür ein. Mein Hobby ist es, Münzen zu sammeln. 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 Er wurde seines ganzen Geldes beraubt. Er wurde seines ganzen Geldes beraubt. Normalerweise essen wir mittags zu Mittag. Wir haben meistens nach Abendessen. Wir haben meistens nach Abendessen. Spricht hier jemand Japanisch? Das ist meine Tochter. Ich habe vor acht Jahren geheiratet. Ich habe neun Stunden geschlafen. Wirst du zu Hause bleiben? Will you stay at home? Von hier bis zur Schule ist es ein langer Weg. It's a long way from here to school. It's a long way from here to school. Lasst uns das Fenster öffnen. Let's open the window. Meine Schwester nimmt zweimal pro Woche Klavierunterricht. My sister takes piano lessons twice a week. My sister takes piano lessons twice a week. Sie versteht mich auch nicht. She doesn't understand me either. Warum kommst du nicht mit mir ins Kino? Why don't you come to the movies with me? Seine Antwort ist anders als meine. His answer is different from mine. His answer is different from mine. Ich werde mit dir kommen. I will come with you. I will come with you. Auf dem Tisch liegt eine Orange. There is an orange on the table. Ich muss jetzt gehen. I've got to go now. I've got to go now. Wo warst du diese Woche? Where have you been this week? Where have you been this week? Nimm dir, was du willst. Take anything you want. Take anything you want. Wo ist der Eingang zum Museum? Where is the entrance to the museum? Where is the entrance to the museum? Das ist es, was wir wissen wollen. That's what we want to know. That's what we want to know. Wessen Schuhe sind das? Whose shoes are these? Er fragte sie, ob sie ihn kenne. He asked her if she knew him. Sie mag Orangen. Ich bin aus Singapur. Ich bin aus Singapur. Er isst. Er is eating. Wie lange wird er in Japan bleiben? How long is he going to stay in Japan? How long is he going to stay in Japan? Sie hat mir eine Nachricht hinterlassen. She left me a note. She left me a note. Wer hat dieses Bild gemalt? 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 Ich bin sehr beschäftigt. Ich bin sehr beschäftigt. I'm very busy. Ich habe meine Uhr verloren. Der Junge bestätigte, gelogen zu haben. Der Junge bestätigte, gelogen zu haben. Der Junge bestätigte, gelogen zu haben. Diese Zeitung ist kostenlos. This newspaper is free. Normalerweise nehme ich ein Bad, bevor ich ins Bett gehe. Mein Bruder schickt dir seine Grüße. Mein Bruder schickt dir seine Grüße. Sie hörten Radio. Ich sehe ihn oft. Ich sehe ihn oft. Er war direkt hinter mir. Er ist ihr Freund. Er ist ihr Freund. Was ist passiert? Was ist passiert? Ich kann einen Apfel schälen. Ich kann einen Apfel schälen. Ich kann einen Apfel schälen. Hier sind fünf Stifte. Das ist ein kleines Geschenk für dich. Das ist ein kleines Geschenk für dich. Ich bin mit dem Zug nach Boston gefahren. Ich bin mit dem Zug. 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 Hier regnet es fast nie. Kennst du den Grund? Ich wünschte, unser Klassenzimmer wäre klimatisiert. Mach dir darüber keine Sorgen. Wir hatten dieses Jahr einen sehr heißen Sommer. Meine Schwester bekommt im Juni ein Baby. Meine Schwester ist ein Baby im Juni. Meine Schwester ist ein Baby im Juni. Das Auto ist sehr schnell. Das Auto ist sehr schnell. Er stand früher als sonst auf. Der Junge versuchte, das schwere Sofa zu bewegen. The boy tried moving the heavy sofa. Ich will etwas essen. I want to eat something. Er war sehr glücklich. Er war sehr glücklich. Die Mädchen begannen zu lachen. Es tut mir leid. Ich habe mein Messer fallen lassen. I'm sorry. I dropped my knife. Bitte gib mir die Butter. Wir sahen Wolken über dem Berg. Wir sahen Wolken über dem Berg. Mein Telefon ist außer Betrieb. Die Früchte wurden schlecht. Der Junge rennt weg. Der Junge rennt weg. Ich warte auf den Bus. Ich warte auf den Bus. I'm waiting for the Bus. Er war geduldig. He was patient. Der Junge ist weggelaufen. The boy ran away. Fährst du mit dem Bus zur Schule? Do you go to school by bus? Do you go to school by bus? Er konnte den Satz nicht verstehen. Er konnte den Satz nicht verstehen. Etwas Zucker und Sahne hinzufügen. Add a little sugar and cream. Add a little sugar and cream. Ich gehe jeden Tag früh nach Hause. I go home early every day. I go home early every day. Ich muss innerhalb einer Woche nach Hause zurückkehren. I must return home within a week. I must return home within a week. Wie weit ist es von hier? How far is it from here? How far is it from here? Er ist noch jung. Es liegt an dir zu entscheiden. It's up to you to decide. Kann ich dieses Fahrrad benutzen? Englisch ist schwer zu lernen. Englisch ist schwer zu lernen. Englisch ist schwer zu lernen. Ich machte einen Spaziergang im Park. I went for a walk in the park. I went for a walk in the park. Die Tür ist jetzt offen. The door is open now. The door is open now. Für hier oder um zu gehen? Für hier oder um zu gehen? Woraus sind sie gemacht? What are they made of? Jeder mag ihn. Everybody likes him. Everybody likes him. Hol mir einen Stuhl, bitte. Get me a chair, please. Get me a chair, please. Ich bin froh, dich zu sehen. I'm glad to see you. I'm glad to see you. Ich habe eine Allergie gegen Milch. I have an Allergy to Milch. Ich bin so glücklich. I'm so happy. Wie lange kennst du sie schon? Ich muss meinen Freund im Krankenhaus besuchen. Ich muss meinen Freund im Krankenhaus besuchen. Ich muss meinen Freund in dem Krankenhaus besuchen. Sie zwangen mich, dorthin zu gehen. They made me go there. They made me go there. Ich weiß, dass sie schläft. I know she is sleeping. Gibt es eine Ausgangssperre? Is there a curfew? Is there a curfew? Er ist sehr deprimiert. He is very depressed. Nicht alle Kinder mögen Äpfel. Not all children like apples. Not all children like apples. Dieses Buch ist überhaupt nicht interessant. This book isn't interesting at all. Er schaut fern. He is watching TV. Würdest du bitte aufhören zu reden? Frag ihn, wann das nächste Flugzeug abfliegt. Ask him when the next plane leaves. Ich mag Käse nicht sehr gerne. I don't like cheese very much. Worüber hast du gesprochen? What did you talk about? What did you talk about? Ich hoffe, das heutige Ballspiel wird nicht abgesagt. I hope today's ballgame won't be cancelled. I hope today's ballgame won't be cancelled. Wo kann ich ein Auto mieten? Where can I rent a car? Where can I rent a car? Die Wettervorhersage ist nicht unbedingt zuverlässig. The weather forecast is not necessarily reliable. The weather forecast is not necessarily reliable. Meine Gelenke schmerzen. My joints ache. My joints ache. Ich wünschte, ich könnte fliegen wie ein Vogel. I wish I could fly like a bird. I wish I could fly like a bird. Sie ist eine wohlhabende Frau. Sie ist eine wohlhabende Frau. Sie ist eine wohlhabende Frau. Würdest du mich bitte heute Abend anrufen? Meine Mutter hat den Kuchen geschnitten. My mother cut the cake. Um wie viel Uhr fahren wir morgen? What time do we leave tomorrow? What time do we leave tomorrow? Mein Vater starb an Lungenkrebs. My father died of lung cancer. My father died of lung cancer. Wie heißt deine Tochter? What's your daughter's name? What's your daughter's name? Du kannst das Buch jedem geben, der es will. You may give the book to whoever wants it. You may give the book to whoever wants it. Sie wohnt ganz in der Nähe. She lives quite close by. She lives quite close by. Hast du gestern Morgen Tennis gespielt? Were you playing Tennis yesterday morning? Were you playing Tennis yesterday morning? Ist er dein Lehrer? Is he your teacher? Is he your teacher? Es tut mir leid, das zu hören. I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. Wir kamen pünktlich im Büro an. We arrived at the office on time. We arrived at the office on time. Er hat Angst davor, krank zu werden. 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 Ich möchte einen Kaffee trinken. Ich möchte einen Kaffee trinken. Ich möchte einen Kaffee trinken. Seine Hände waren leer. Heine Hände waren leer. His hands were empty. His hands were empty. Du wirst nie merken, was ich durchgemacht habe. You will never realize what I went through. You will never realize what I went through. Regnet es immer noch? Er begann zu rennen. Möchtest du noch eine Tasse Milch? Will you have another cup of milk? Ich muss meine Haare kämmen. I have to comb my hair. Ich mag diesen Pullover nicht. I don't like this sweater. Alle meine Freunde mögen Fußball. Mein Haus ist in der Nähe des Bahnhofs. My house is near the station. Tue es jetzt, bevor du es vergisst. Do it right now, before you forget. Ich werde dir ihren Mann vorstellen. I will introduce her husband to you. Ich werde morgen beschäftigt sein. I will be busy tomorrow. Diese Blume ist wunderschön, nicht wahr? This flower is beautiful, isn't it? Unser Kühlschrank ist kaputt. Our refrigerator is out of order. Our refrigerator is out of order. Er war mit ihrer Schwester verheiratet. He was married to her sister. Er hat keine Kinder. Er hat keine Kinder. Lass mich nicht im Stich. Don't let me down. Don't let me down. Ich frage mich, ob das Flugzeug pünktlich ankommt. I wonder if the plane will arrive on time. Sie ließ ihn lange Zeit warten. Was hast du zum Frühstück gegessen? Was hast du zum Frühstück gegessen? Was hast du zum Frühstück gegessen? Mein Vater bestand darauf, dass wir gehen sollten. Übrigens, hast du heute Nachmittag Zeit? By the way, are you free this afternoon? Er geht oft nach Tokio. He often goes to Tokyo. Kannst du Französisch sprechen? Can you speak French? Sie hat Blumen in der Hand. She has flowers in her hand. Mein Magen knurrt. My stomach is growling. Das ist ein sehr altes Buch. This is a very old book. Hier ist mein Fahrrad. Here is my bicycle. Hier is my bicycle. Ich möchte jemand, mit dem ich reden kann. Einige Jungen kamen ins Klassenzimmer. Er spielt Fußball. Er klingelte an der Tür. Ich bin seit letztem Freitag krank im Bett. Mein Vater war beschäftigt. Ich habe viel von ihm gelernt. I learned a lot from him. Er wurde wütend. He got angry. Sie lehnte mein Angebot ab. Sie lehnte mein Angebot ab. Gehört dieser Ball dir oder ihr? Is this ball yours or hers? Bitte nimm eine. Schreiben Sie das schriftlich. Schreiben Sie das schriftlich. Put that in writing. Sie haben ihre eigenen Probleme. They have their own troubles. They have their own troubles. Die Zwillinge sehen sich genau ähnlich. The twins look exactly alike. Er ist vor kurzem gestorben. 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 Es riecht köstlich. Schöner Tag, nicht wahr? Beautiful day, isn't it? Ich würde gerne bald zum Arzt gehen. I'd like to see the doctor soon. Sie kann nicht schwimmen. Ich gebe dir ein Rezept. Ich gebe dir ein Rezept. Morgen ist Muttertag. Tomorrow is Mother's Day. Das Mädchen ähnelte ihrer Mutter. The girl resembled her mother. Ich kann es nicht tun. I can't do it. I can't do it. We're going to have a test today. We're going to have a test today. Ich habe ein wenig abgenommen. I've lost a little weight. I've lost a little weight. Ich komme wieder. I'll come back. Es gibt keinen Rauch ohne Feuer. There is no smoke without fire. There is no smoke without fire. Sie kann sehr gut Klavier spielen. She can play the piano very well. She can play the piano very well. She can play the piano very well. Das kann jeder. Anybody can do that. Anybody can do that. Bitte gib mir den Zucker. Verkaufen Sie Notebooks in diesem Laden? Du wirst dich bald an dieses neue Leben anpassen. You will soon adapt yourself to this new life. Kann ich dir helfen? May I help you? Ich kann nicht schlafen. I can't sleep. Paris ist die Hauptstadt Frankreichs. Paris ist die Hauptstadt Frankreichs. Paris ist die Hauptstadt Frankreichs. Er ist noch sehr jung. He is very young. He is very young. Lassen Sie das Fenster nicht offen. Don't leave the window open. Don't leave the window open. Schwimmt der Hund? Is the dog swimming? Wir möchten heute Nacht hier bleiben. We would like to stay here tonight. We would like to stay here tonight. Hast du schon mal einen Panda gesehen? Have you ever seen a panda? Have you ever seen a panda? Für welches Unternehmen arbeiten Sie? Which company do you work for? Which company do you work for? Er war zu Hause. He was at home. He was at home. Du kannst es schaffen, nicht wahr? You can do it, can't you? You can do it, can't you? You can do it, can't you? Warum hast du das getan? Why did you do that? Bitte schalten Sie den Fernseher ein. Please turn on the TV. Er ist immer bei mir. He is always with me. Ich erinnere mich, dass ich sie irgendwo gesehen habe. Ich erinnere mich, dass ich sie irgendwo gesehen habe. Ich habe lange auf sie gewartet. I waited for her for a long time. Dieser Kuchen ist süß. This cake is sweet. This cake is sweet. Hast du schon Mittag gegessen? Have you eaten lunch yet? Bleib zu Hause, damit du ans Telefon gehen kannst. Stay home, so that you can answer the phone. Stay home, so that you can answer the phone. Wem gehört dieses Buch? Er kommt einmal pro Woche vorbei. He comes round once a week. He comes round once a week. Ich war gestern dort. I went there yesterday. I went there yesterday. Meine Mutter hat vier Brüder. My mother has four brothers. My mother has four brothers. Wessen Freund ist das? Whose friend is he? Whose friend is he? Warum ist es so heiß? Why is it so hot? Why is it so hot? Sie ist eine sehr gute Lehrerin. She is a very good teacher. She is a very good teacher. Schauen Sie sich die Karte auf Seite 62 an. Look at the map on page 62. Look at the map on page 62. Viele Menschen wurden durch die Werbung getäuscht. Gestern hat es geregnet. Gestern hat es geregnet. It was raining yesterday. It was raining yesterday. Sie haben dreimal pro Woche Englischunterricht. Egal wohin du gehst, ich folge dir. No matter where you go, I'll follow you. No matter where you go, I'll follow you. Ich mag auch Kuchen. I also like cake. I also like cake. Es ist im achten Stock. It's on the eighth floor. It's on the eighth floor. Magst du schwarze Katzen? Do you like black cats? Do you like black cats? Er wurde reich. He became rich. He became rich. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. We didn't know what to do. Zeit ist das Wichtigste. Time is the most precious thing. Time is the most precious thing. Die Schmerzen werden immer schlimmer. The pain is getting worse. The pain is getting worse. Er ging nach Hause. He walked home. He walked home. Ich mag es überhaupt nicht. I don't like it at all. I don't like it at all. Er hat eine sehr teure Uhr. Er hat eine sehr teure Uhr. Er hat eine sehr teure Uhr. Ich habe vergessen, den Lagerraum abzuschließen. Ich bin nicht beschäftigt. I'm not busy. Wie spät ist es? What time is it? Stört es dich, wenn ich das Fenster öffne? Do you mind if I open the window? Do you mind if I open the window? Ich habe um sechs einen Termin mit ihm. Mach nicht noch einmal den gleichen Fehler. Don't make the same mistake again. Don't make the same mistake again. Ich habe es in die Schublade gelegt. I put it in the drawer. I put it in the drawer. Das neue Museum ist einen Besuch wert. Ich würde gerne angeln gehen, wenn möglich. I would like to go fishing, if possible. Er hat sich entschuldigt. He made an apology. Ich spiele Videospiele. Ich kann nicht aufstehen. Ich habe gestern drei Fische gefangen. Ich habe gestern drei Fische gefangen. Ich habe es gekauft. Ich habe es gekauft. Ich habe es gekauft. Elefanten leben in Asien und Afrika. Elephants live in Asia und Afrika. Elephants live in Asia und Afrika. Ich will ein gutes Wörterbuch. I want a good dictionary. Zuhause zu bleiben macht keinen Spaß. Staying home isn't fun. Könntest du langsamer fahren? Could you drive more slowly? Isst alles. Eat everything. Früchte haben Samen in sich. Er nahm seine Brille ab. Er nahm seine Brille ab. Es liegt an dir. Ich kam mit dem Zug nach Hause. I returned home by train. Er ist introvertiert. Er fühlt sich sehr wohl. Er fühlt sich sehr wohl. Er fühlt sich sehr wohl. Ich bin unkompliziert. Ich werde anfangen. Ich werde anfangen. Ich werde anfangen. Es gibt viele Worte, die ich nicht verstehe. Es gibt viele Worte, die ich nicht verstehe. Wo wirst du heute zu Mittag essen? Wo wirst du heute Abendessen haben? Physik ist mein Lieblingsfach. Physik ist mein Lieblingsfach. Physik ist mein Lieblingsfach. Unser Projekt ist gescheitert. Our Projekt ist gescheitert. Er ist immer noch hier. Er ist immer noch hier. Meine Idee ist ganz anders als deine. Kann ich mir deinen Regenschirm ausleihen? Kann ich mir deinen Regenschirm ausleihen? Es gibt keine Hoffnung auf Erfolg. 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 Vielen Dank im Voraus. Meine Frau wird sich auch freuen, dich zu sehen. Meine Frau wird sich auch freuen, dich zu sehen. Hast du deinen Freund in Kanada angerufen? Hast du deinen Freund in Kanada angerufen? Hast du meine Brille irgendwo gesehen? Hast du meine Brille irgendwo gesehen? Hast du meine Brille irgendwo gesehen? Bitte machen Sie es schnell. Haben Sie keine Angst, Fehler zu machen, wenn Sie Englisch sprechen? Don't be afraid to make mistakes when speaking English. Arbeitest du? Diese Box ist voller Bücher. Diese Box ist voller Bücher. Wir hatten es eilig. Sie leben seit zehn Jahren in dieser Stadt. They have lived in this town for ten years. They have lived in this town for ten years. Das werde ich nie verraten. I will never tell. Er ist der Kapitän des Teams. Er ist der Kapitän des Teams. Er ist der Kapitän des Teams. Ich möchte mein Konto schließen. Ich möchte mein Konto schließen. Lass dich nicht von seinen Worten täuschen. Don't be taken in by his words. Don't be taken in by his words. Es ist nicht so weit. Er hat meine Schwester geheiratet. 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 Ich werde dich begleiten. Was hat sie denn? Was hat sie denn? Was hat sie denn? Machen Sie eine Kopie dieses Berichts. Das Wasser gefriert bei Null Grad Celsius. Water freezes at zero degrees centigrade. Water freezes at zero degrees centigrade. Im Juni kehrte er aus Holland zurück. He returned from Holland in June. He returned from Holland in June. Unser Lehrer spricht sowohl Französisch als auch Englisch. Our teacher speaks French as well as English. Our teacher speaks French as well as English. Das ist zu einfach für ihn. This is too easy for him. This is too easy for him. Kann ich helfen? Can I help? Can I help? Mein Onkel hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. My uncle has made me what I am today. My uncle has made me what I am today. Deine Träume sind wahr geworden. Your dreams have come true. Your dreams have come true. Wie lange lebten sie in England? How long did they live in England? My family geht jedes Jahr nach Italien. My family goes to Italy every year. My family goes to Italy every year. Sie sollten wirklich keine raubkopierte Software verwenden. You really shouldn't use pirated software. You really shouldn't use pirated software. Er ist stärker als ich. He is stronger than I am. He is stronger than I am. Was wirst du nehmen? Ich habe ihm gestern geholfen. I helped him yesterday. Um wie viel Uhr bist du dort angekommen? Ich kaufte ein paar Eier und ein wenig Milch. Ich kaufte ein paar Eier und ein wenig Milch. Ich kaufte ein paar Eier und ein wenig Milch. Ich gehe normalerweise essen. I usually eat out. I usually eat out. Das ist das Buch, von dem ich dir erzählt habe. This is the book that I told you about. This is the book that I told you about. Erzähl keine Lügen. Don't tell lies. Don't tell lies. Ich ziehe Fleisch dem Fisch vor. I prefer meat to fish. Darf ich auf die Toilette gehen? May I go to the toilet? May I go to the toilet? Was hat er gesagt? What did he say? Könntest du mir bitte ein Kissen und eine Decke bringen? Could you bring me a pillow and blanket, please? Could you bring me a pillow and blanket, please? Du bist ein Genie. You're a genius. You're a genius. Tom schwimmt gerne. Tom likes swimming. Tom likes swimming. Ich habe deinen Brief erhalten. I received your letter. Er hat sein eigenes Auto. He has his own car. Dieses Buch ist nicht lesenswert. This book isn't worth reading. This book isn't worth reading. Wo hast du die Frau gesehen? Where did you see the woman? Er ist zwei Jahre älter als Mary. He's two years older than Mary is. He's two years older than Mary is. Tom ist begierig darauf, ein neues Auto zu kaufen. Tom is eager to buy a new car. Würdest du mir deinen Stift leihen? Would you lend me your pen? Would you lend me your pen? Ich reise gerne alleine. I like to travel by myself. Ich bin in einer Sekunde bei dir. I'll be with you in a second. I'll be with you in a second. Dieses Haus muss gestrichen werden. This house needs painting. Wer hat die Vase zerbrochen? Who broke the vase? Who broke the vase? Mein Vater ließ mich das Auto waschen. My father made me wash the car. My father made me wash the car. Wo werden wir essen? Where will we eat? Where will we eat? Hast du jemanden an der Tür klingeln hören? Did you hear someone ring the doorbell? Did you hear someone ring the doorbell? Ich drehte den Tür knauf. I turned the door knob. I turned the door knob. Du siehst sehr müde aus. You look very tired. You look very tired. Ein Schwamm absorbiert Wasser. Lass mich mal sehen. Lass mich mal sehen. Let me see it. Let me see it. Ich will fahren. I want to drive. Dieses Buch schien interessant zu sein. This book seemed interesting. Ich möchte, dass du mir die Wahrheit sagst. Ich möchte, dass du mir die Wahrheit sagst. Ist sie mit ihm gekommen? Did sie mit ihm gekommen? Ich habe mein Wörterbuch unten gelassen. Es war so dunkel, dass sie kaum noch sehen konnten. Es war so dunkel, dass sie kaum noch sehen konnten. Die Insel ist das ganze Jahr über warm. The island is warm all year. The island is warm all year. Ich bin dabei. Count me in. Count me in. Wenn ich nur Englisch sprechen könnte. If only I could speak English. If only I could speak English. Wir haben gestern Fußball gespielt. We played soccer yesterday. We played soccer yesterday. Ich spiele Tennis. I play tennis. I play tennis. Er kam, um mich zu sehen. Er ist gut im Fahren. 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 Was ist meins? Which is mine? Was meinst du damit? What do you mean? What do you mean? Ich brauche ein neues Fahrrad. 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 Es gibt keine Beweise. Es gibt keine Beweise. There's no evidence. There's no evidence. Das Sprechen in der Bibliothek ist dicht erlaubt. Talking in the library is not allowed. Spricht sie Französisch? Does she speak French? Weißt du, wie man Schach spielt? Do you know how to play chess? Do you know how to play chess? Dieser Raum hat nicht viel Sonne. This room doesn't get a lot of sun. Ist er ein Lehrer? Is he a teacher? Is he a teacher? Ich bin sehr froh, dich zu sehen. Ich bin sehr froh, dich zu sehen. Ich bin sehr froh, dich zu sehen. Du und ich haben etwas gemeinsam. Du und ich haben etwas gemeinsam. Du und ich haben etwas in common. Er ist ein Schüler an einer Highschool. Er ist ein Schüler an einer Highschool. Er ist ein Schüler an einer Highschool. Übrigens, woher kommst du? By the way, where are you from? By the way, where are you from? Ich bin mir ziemlich sicher. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich bin ziemlich sicher. Ich sah ihn springen. Ich sah ihn springen. Ich sah ihn springen. Ich sah ihn jumpen. Mein Bruder wurde bei einem Verkehrsunfall getötet. Der Supermarkt öffnet um 10 Uhr. Zieh deinen Mantel aus und fühl dich wie zu Hause. Take off your coat and make yourself at home. Take off your coat and make yourself at home. Ich rief um Hilfe. I called for help. I called for help. Er saß auf einer Bank. Sei still, sonst wacht das Baby auf. Be quiet or the baby will wake up. Der Junge ist freundlich. The boy is kind. The boy is kind. Er ist ein sehr gefährlicher Mann. He is very a dangerous man. He is very a dangerous man. Er hat immer wenig Geld. He's always short of money. He's always short of money. Ich verrate dir ein Geheimnis. I'll tell you a secret. I'll tell you a secret. Ich kann kein Französisch. I don't know French. I don't know French. Wessen Zimmer ist das? Whose room is this? Er kann ein Auto fahren. Er kann ein Auto fahren. Er hat vor zwei Jahren mit dem Rauchen aufgehört. Er hat vor zwei Jahren mit dem Rauchen aufgehört. He gave up smoking two years ago. Halt hier nicht an! Don't stop here! Don't stop here! Er schien sehr glücklich gewesen zu sein. He seemed to have been very happy. He seemed to have been very happy. He seemed to have been very happy. Zeig mir eine andere Kamera. Show me another camera. Show me another camera. Er ist ein kluger Junge. He is a clever boy. He is a clever boy. Jeder Tag ist außer Montag möglich. Any day will do except Monday. Any day will do except Monday. Ich bin schrecklich hungrig. I am terribly hungry. I am terribly hungry. Lüge nie. Sie lehnte seinen Vorschlag ab. She refused his proposal. She refused his proposal. Es sieht aus wie Schnee. It looks like snow. It looks like snow. Seine Tante sieht jung aus. His aunt looks young. His aunt looks young. Zieh bitte deine Socken aus. Take off your socks, please. Take off your socks, please. Der Drucker benötigt Papier. The printer needs paper. The printer needs paper. Es ist heute sehr heiß. It's awfully hot today. Siehst du ihn oft? Do you see him often? Hilf mir mal mit dieser Tasche. Give me a hand with this bag. Das Mädchen ähnelt ihrer Mutter. The girl resembles her mother. Ich denke, wir warten besser noch eine halbe Stunde. Die Zeit fliegt wie ein Pfeil. Time flies like an arrow. Früher bin ich jeden Morgen spazieren gegangen. I used to take a walk every morning. Ich bin jetzt frei. I'm free now. Immer mit der Ruhe. Take it easy. Take it easy. Wie ist dein Name? What's your name? What's your name? Er hat den Rekord gebrochen. He has broken the record. He has broken the record. Käse wird aus Milch hergestellt. Die Arbeiten sind nun im Gange. The work is now in progress. Komm heute Nachmittag zu mir nach Hause. Es hat den ganzen Tag stark geregnet. Es hat den ganzen Tag stark geregnet. It rained hard all day. Dieses Haus hat zwei Badezimmer. This house has two bathrooms. This house has two bathrooms. Kinder sollten draußen spielen. Children should play outside. Children should play outside. Willst du dich setzen? Do you want to sit down? Do you want to sit down? Er schreibt mir immer noch von Zeit zu Zeit. He still writes to me from time to time. He still writes to me from time to time. Ich werde dich vermissen. I'll miss you. I'll miss you. Er kennt viele Leute. He knows a lot of people. He knows a lot of people. Wo sollen wir hingehen? Where should we go? Where should we go? Du hast völlig recht. You are absolutely right. Sie sind meine Klassenkameraden. They are my classmates. They are my classmates. Lies mir nach. Read after me. Read after me. Was ist in der Box? What's in the Box? What's in the Box? Ich fürchte, es wird regnen. I'm afraid it will rain. I'm afraid it will rain. Ich kann nicht anders. I can't help it. Ich bin es leid, zu lesen. I am tired of reading. I am tired of reading. Es ist der 3. Oktober. It's the 3rd of October. It's the 3rd of October. Ich hatte um 19.30 Uhr Frühstück. I had breakfast at 7.30 Uhr. Jede Tür im Haus ist verschlossen. Every door in the house is locked. Every door in the house is locked. Noch einmal bitte. Once more, please. Entschuldigung, aber darf ich das Fenster öffnen? Excuse me, but may I open the window? Excuse me, but may I open the window? Ich spreche nicht gerne in der Öffentlichkeit. I don't like to speak in public. I don't like to speak in public. Was hat der Arzt gesagt? What did the doctor say? What did the doctor say? Ich habe mich erkältet. I've caught a cold. I've caught a cold. Bist du schon mal nach sieben Jahren nach Hause gekommen? Have you ever returned home before seven? Have you ever returned home before seven? Es fehlt eine Seite. There is a page missing. There is a page missing. Ich hatte gehofft, mehr Geld zu sparen. Ich hatte gehofft, mehr Geld zu sparen. Ich hatte gehofft, mehr Geld zu sparen. Das Gebäude wurde 1960 erbaut. Das Gebäude wurde 1960 erbaut. Das Gebäude wurde 1960 erbaut. Wir erreichten London um Mitternacht. We reached London at midnight. We reached London at midnight. Ich komme gleich. I'm coming. I'm coming. Wer hat das Fenster zerbrochen? Who broke this window? Who broke this window? Sie blieb mehrere Tage im Hotel. She stayed at the hotel for several days. She stayed at the hotel for several days. Ich fahre sehr gerne Ski. I like skiing very much. I like skiing very much. Sie ist gerade zwölf geworden. She has just turned twelve. She has just turned twelve. Es ist für mich schwierig, die Frage zu beantworten. Ich wurde bei dem Unfall an meinem rechten Bein verletzt. I got my right leg hurt in the accident. I got my right leg hurt in the accident. Es wird heute wahrscheinlich regnen. It is likely to rain today. It is likely to rain today. Wie ist sie so? What is she like? What is she like? Seine Temperatur ist normal. His temperature is normal. Du wirst bald wieder gesund. You'll get well soon. Die Niederlande sind ein kleines Land. Auf dem Weg nach Hause traf ich niemanden. I met nobody on my way home. Ich weiß nicht, ob ich nach links oder rechts abbiegen soll. I don't know whether to turn left or right. I don't know whether to turn left or right. Ich hoffe, mein Traum wird wahr. I hope my dream will come true. Meine Frau bereitet gerade das Abendessen vor. Ich kam gerade noch rechtzeitig zum Flugzeug. I arrived just in time for the plane. Würdest du bitte deinen Namen hier eintragen? Das Chili hat mir die Zunge verbrannt. Wir haben unsere Arbeit bereits erledigt. Wir haben unsere Arbeit bereits erledigt. Das ergibt keinen Sinn. Warum bist du so wütend auf ihn? Warum bist du so wütend auf ihn? Wählen Sie zwischen diesen beiden. Warst du schon mal in Kanada? Have you ever been to Canada? Sie lügen nie. Du weißt eine ganze Menge über Sumo. Du weißt eine ganze Menge über Sumo. You know quite a lot about Sumo. Er nahm den Job an. He accepted the job. He accepted the job. Sind Plätze frei? Are seats available? Are seats available? Warum bist du so spät dran? Why are you so late? Why are you so late? Ich hörte jemanden meinen Namen rufen. I heard someone calling my name. Schwarzes Tuch absorbiert Licht. Black cloth absorbs light. Black cloth absorbs light. Ich möchte eines Tages nach Amerika gehen. I want to go to America someday. I want to go to America someday. Du kannst hier studieren. You can study here. Wann wird das Abendessen serviert? What time will dinner be served? What time will dinner be served? Wir sind die Ersten, die ankommen. We are the first to arrive. We are the first to arrive. Lasst mich in Ruhe, bitte. Leave me alone, please. Leave me alone, please. Meine Mutter ist zwei Jahre jünger als mein Vater. My mother is two years younger than my father. My mother is two years younger than my father. Es ist ungewöhnlich, dass er früh aufsteht. It's unusual for him to get up early. It's unusual for him to get up early. Ich habe einen Hund. I have a dog. Dein Kleid ist sehr schön. Your dress is very nice. Das ist mein Hund. This is my dog. This is my dog. Jetzt hör auf zu weinen. Now stop crying. Now stop crying. Ich habe einen Vorschlag. I have a suggestion. Meine Hausaufgaben sind fast fertig. My homework is nearly complete. My homework is nearly complete. Gute Schüler lernen hart. Good students study hard. Good students study hard. Du hast eine weise Entscheidung getroffen. You made a wise choice. You made a wise choice. Pass gut auf dich auf. Take good care of yourself. Take good care of yourself. Ich bin nicht immer sonntags zu Hause. Das Flugzeug war bald außer Sichtweite. The airplane soon went out of sight. The airplane soon went out of sight. Er gilt als guter Arzt. He is said to be a good doctor. He is said to be a good doctor. Worin besteht der Unterschied zwischen a und b? What is the difference between a and b? What is the difference between a and b? English ist leicht zu erlernen. Ich habe zwei Stunden lang gelernt. I have been studying for two hours. I have been studying for two hours. Ich muss mein Hemd bügeln. I have to iron my shirt. I have to iron my shirt. Frag mich nicht nach Geld. Don't ask me for money. Don't ask me for money. Er war immer nett zu mir. He's always been kind to me. He's always been kind to me. Ein Klavier ist teuer. A piano is expensive. A piano is expensive. Diese Art von Kleid ist jetzt in Mode. That kind of dress is now in fashion. That kind of dress is now in fashion. Wasche deine Hände gut. Wash your hands well. Wash your hands well. Ich aß einen Hamburger und bestellte einen anderen. I ate a hamburger and ordered another. Dein Fahrrad ist besser als meines. Your bike is better than mine. Bitte öffnen Sie das Fenster. Ich brauche etwas Schlaf. I need to get some sleep. I need to get some sleep. Es spielt keine Rolle, woher er kommt. It doesn't matter where he comes from. It doesn't matter where he comes from. Wer ist dein Lehrer? Who is your teacher? Who is your teacher? Offensichtlich liegt er falsch. Obviously he is wrong. Obviously he is wrong. Ihr Gesicht wurde rot. Her face turned red. Ich habe etwas dagegen, dass sie allein dorthin geht. I object to her going there alone. Ich bin an kaltes Wetter gewöhnt. Ich bin an kaltes Wetter gewöhnt. I am accustomed to cold weather. Ich habe eine Idee. I have an idea. Er liebt sie. Ich bin zu beschäftigt, um ihm zu helfen. Geh ans Telefon. Es ist sehr heiß hier. Ich habe meine Hausaufgaben noch nicht gemacht. Ich habe mich auf den ersten Blick in sie verliebt. Ein starker Wind wehte. A strong wind was blowing. Was würde passieren? What would happen? Das Treffen, kurz gesagt, war Zeitverschwendung. The meeting, in short, was a waste of time. Er schreibt Bücher. Wann hast du sie zum ersten Mal gesehen? When did you see them first? Sie reiste durch die ganze Welt. She traveled all over the world. Er kann gut schwimmen. He can swim well. He can swim well. Mein Onkel gab mir eine Kamera. Darf ich es anprobieren? May I try it on? May I try it on? Ich hoffe, dass es dir bald besser geht. I hope that you will get well soon. I hope that you will get well soon. Das ist seine Spezialität. That's his specialty. That's his specialty. Wie unglücklich bin ich. How unlucky I am. How unlucky I am. Er wacht früh auf. He wakes up early. He wakes up early. Hast du ihn angerufen? Did you telephone him? Did you telephone him? Ich hatte Lust zu weinen. I felt like crying. I felt like crying. Fährt dieser Bus zum Strand? Does this bus go to the beach? Does this bus go to the beach? Er beschloss, ins Ausland zu gehen. He decided to go abroad. Ich zähle auf dich. I am counting on you. Ich warte auf dich. I'll wait for you. Darf ich dich etwas fragen? Bist du gerade beschäftigt? Das Essen wird kalt. Ich habe viele Freunde im Ausland. Er hat einen passiven Charakter. Dieser Hut gehört mir. Meine Arbeit ist beendet. Was bevorzugst du? Äpfel oder Bananen? Ich rufe dich später an. Ich kann meine Mail nicht überprüfen, weil der Server ausgefallen ist. Es tut mir schrecklich leid. Vergiss nicht, mir zu schreiben. Don't forget to write to me. Tom will nach Japan gehen. Tom wants to go to Japan. Ich kann und will nicht gehen. I can't go, nor do I want to. Ich brauche etwas Papier. Ich brauche etwas Papier. Bitte pass auf dich auf. Bitte, sich auf dich auf. Er ist sehr wütend auf dich. Er ist sehr wütend auf dich. Er ist sehr wütend auf dich. Erzähl mir die Geschichte. Tell me the story. Ich bin gestern Abend lange wach geblieben. I stayed up late last night. Ich mag diese Uhr nicht. Ist es schwer, Englisch zu sprechen? Ist es schwer, Englisch zu sprechen? Ist es schwer, Englisch zu sprechen? Du hast genau den gleichen Fehler wiedergemacht. Diese Bücher gehören uns. Diese Bücher gehören uns. Behalte das Geld für mich. Die Preise sind gestiegen. Du siehst blass aus. Wir sind auf sie angewiesen. Wir sind auf sie angewiesen. Dieses Buch gehört dir. Es war ein großer Schock für mich. Es war ein großer Schock für mich. Pflanzen sterben ohne Wasser. Warst du gestern Abend zu Hause? Warst du gestern Abend zu Hause? Warst du gestern Abend zu Hause? Ich kann nicht anders als zu weinen. Ich kann nicht anders als zu weinen. Ich kann nicht anders als zu weinen. Sie haben zwei Töchter. They have two daughters. Ein Fahrer schlief im Auto. Ein Fahrer schlief im Auto. Ich hätte nicht so früh aufstehen sollen. I shouldn't have gotten up so early. Wessen Bleistift ist das? Whose pencil is this? Ich mag dein Auto. I like your car. Ich kann den Lärm nicht ertragen. I can't stand the noise. Ich wollte rote Schuhe. I wanted red shoes. Sie sind nicht daran interessiert, Geld zu sparen. They are not interested in saving money. Das ist ihr Haus. This is their house. Du lagst doch falsch. You were wrong after all. You were wrong after all. Ich glaube schon. Dieses Buch steht nicht zum Verkauf. This book is not for sale. Er schlug mit dem Knie gegen den Stuhl. He knocked his knee against the chair. He knocked his knee against the chair. Hast du sie schon angerufen? Have you called her yet? Have you called her yet? Als ich nach Hause kam, lernte John. When I came home, John was studying. Dieses Hemd ist zu klein für mich. This shirt is too small for me to wear. This shirt is too small for me to wear. In Osaka hat es geschneit. It snowed in Osaka. It snowed in Osaka. Warst du schon mal in Afrika? Have you ever been to Africa? Have you ever been to Africa? Wie peinlich! Worauf wartest du noch? What are you waiting for? Ich bin im Büro gefesselt. I am tied up at the office. I am tied up at the office. Du musst auf ihn achten. You must pay attention to him. You must pay attention to him. Mary kann gut tanzen. Mary can dance well. Mary can dance well. Wie viel kostet diese Krawatte? How much is this tie? How much is this tie? Teilen wir die Rechnung auf. Let's split the bill. Let's split the bill. Wir haben nur wenige Möglichkeiten, Deutsch zu sprechen. We have few opportunities to speak German. We have few opportunities to speak German. Tom spielt gerne Baseball. Tom likes to play Baseball. Tom likes to play Baseball. Er ist verrückt nach Baseball. Er ist verrückt nach Baseball. Er ist verrückt nach Baseball. Ich werde ein neues Auto kaufen. I am going to buy a new car. I am going to buy a new car. Kannst du mich vom Bahnhof abholen? Can you pick me up at the station? Can you pick me up at the station? Ihm ging das Geld aus. He ran out of money. Morgen wird es schneien. Wie ist das Wetter in New York? How's the weather in New York? Was machst du normalerweise sonntags? What do you usually do on Sundays? What do you usually do on Sundays? Dieses Problem ist schwer zu lösen. This problem is difficult to solve. Das Flugzeug flog über den Berg. The plane flew over the mountain. Er kam aus Amerika zurück. Er macht einen Spaziergang. Er macht einen Spaziergang. Er ist ein Spaziergang. Er ist ein Spaziergang. Bitte leih mir dein Auto. Please lend me your car. Wann endet es? When does it end? Sie ist nach Hause gegangen. She went home. Wie lange wirst du hier bleiben? How long will you stay here? How long will you stay here? Wer hat diese Bilder gemalt? Who painted these pictures? Hast du etwas Zeit? Do you have some time? Tut das weh? Does this hurt? Hast du schon mal ein Känguru gesehen? Have you ever seen a Känguru? Have you ever seen a Känguru? Ich habe mir den Ellenbogen verletzt. I hurt my elbow. I hurt my elbow. Er lernt seit zwei Stunden. He has been studying for two hours. He has been studying for two hours. Hast du heute Nachmittag Zeit? Are you free this afternoon? Unsere Kinder mögen Hunde, aber ich bevorzuge Katzen. Our children like dogs, but I prefer cats. Our children like dogs, but I prefer cats. Das Kind wurde verletzt. The kid got hurt. The kid got hurt. Erzähl mir davon. Wir haben uns mit Tom angefreundet. We have made friends with Tom. Er steht normalerweise um sechs auf. Du solltest besser nicht dorthin gehen. You'd better not go there. Lass mich das machen. Es ist nicht meine Schuld. It's not my fault. Behalte die Taschen im Auge. Sie sieht sehr hübsch aus. She looks very lovely. Es ist kein Fleisch mehr im Kühlschrank. Setzen Sie diesen Satz ins Englische. Put this sentence into English. Bist du neu hier? Are you new here? Are you new here? Morgen ist mein freier Tag. Tomorrow is my day off. Tomorrow is my day off. Ich kann leicht Spanisch lesen. I can read Spanish easily. I can read Spanish easily. Meine Kopfschmerzen sind weg. My headache has gone. Wir dachten, du wärst verheiratet. We thought that you were married. We thought that you were married. Er riet ihr, mit dem Trinken aufzuhören. Ich werde später noch einmal anrufen. I'll call again later. Rauchst du? Do you smoke? Do you smoke? Er betrat mein Zimmer ohne Erlaubnis. He entered my room without permission. He entered my room without permission. Die Schmerzen waren schrecklich. The pain was terrible. The pain was terrible. Ich gehöre dem Schwimmverein an. I belong to the swimming club. I belong to the swimming club. Dieser Roman ist schwer zu verstehen. This novel is difficult to understand. This novel is difficult to understand. Ich hoffe, du hast Spaß. I hope you're having fun. I hope you're having fun. Sie trägt viel Make-up. She wears a lot of Make-up. She wears a lot of Make-up. Bitte komm zu mir nach Hause. Please come to my house. Please come to my house. Er trug eine Tasche voller Äpfel. He carried a bag full of apples. He carried a bag full of apples. Er weiß nichts über den Plan. Er weiß nichts über den Plan. Sind das Japaner? Are they Japanese? Are they Japanese? Ich bin jetzt müde. I'm tired now. Mein Auto wurde letzte Nacht gestohlen. My car was stolen last night. My car was stolen last night. Ich ließ alle meine Kleider von meiner Mutter waschen. I had all my clothes washed by my mother. I had all my clothes washed by my mother. Wo ist das Ende dieser Linie? Where is the end of this line? Where is the end of this line? Ich will etwas Wasser. I want some water. I want some water. Tom gab schließlich das Rauchen auf. Tom finally gave up smoking. Tom finally gave up smoking. Ich mag keine von beiden. I like neither of them. I like neither of them. Ich bin stolz auf dich. I'm proud of you. I'm proud of you. Ich habe nach dem Schlüssel gesucht. I looked for the key. I looked for the key. Er rannte so schnell er konnte. He ran as fast as he could. He ran as fast as he could. Er war gestern Nachmittag beschäftigt. He was busy yesterday afternoon. He was busy yesterday afternoon. Sie ist ungeschickt. She is awkward. She is awkward. Du wirst zu Hause bleiben. You will stay at home. You will stay at home. Ich bin 16 Jahre alt. I am 16 years old. I am 16 years old. Ich besuchte das Dorf, in dem er geboren wurde. I visited the village where he was born. I visited the village where he was born. Hey, wo willst du hin? Hey, where are you going? Hey, where are you going? Du kannst gehen, wenn du willst. 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 Wie hast du es gemacht? Aufgrund des schlechten Wetters kam das Flugzeug zu spät. Due to bad weather, the plane was late. Due to bad weather, the plane was late. Ich werde es dir geben. I will give it to you. I will give it to you. Normalerweise gehe ich zur Schule. Könnten Sie hier unterschreiben? Could you sign here? Möchtest du noch einen Apfel? Die Preise stiegen weiter an. Prices continue to rise. Ändere deine Meinung nicht. Don't change your mind. Don't change your mind. Schließ die Augen, bitte. Close your eyes, please. Close your eyes, please. In der Tat, es ist wahr. As a matter of fact, it is true. As a matter of fact, it is true. Ich weiß nicht, ob sie kommen wird. I don't know if she will come. I don't know if she will come. Hey, was ist passiert? Hey, what happened? Hey, what happened? Ich will eine Krawatte zu diesem Anzug. I want a tie to go with this suit. I want a tie to go with this suit. Kommst du mit mir? Are you coming with me? Are you coming with me? Ich war den ganzen Tag beschäftigt. I was busy all day. I was busy all day. Er hat eine gute Kamera. He has got a good camera. He has got a good camera. Besucher dürfen die Tiere nicht füttern. Visitors may not feed the animals. Ich kann es in der Hälfte der Zeit schaffen. I can do it in half the time. Sie sind alle gleich. Seinen Erfolg verdankt er seinen Eltern. He owes his success to his parents. Meine Schwester ist kleiner als du. Meine Schwester ist kleiner als du. Ich beneide ihn. Ich bin er. Ich bin er. Gibt es hier in der Nähe einen Supermarkt? Is there a supermarket near here? Ich habe die Tests nicht bestanden. Ich habe die Tests nicht bestanden. Ich war nicht so stark wie mein Vater. Wirst du mir bei meinen Hausaufgaben helfen? Will you help me with my homework? Ich überredete ihn, daran teilzunehmen. Er baut Reis an. Er baut Reis an. Er hat die Decke blau gestrichen. Machen wir eine Pause. Let's take a break. Das ist eine automatische Tür. Dieser Bus bietet Platz für 50 Personen. This bus can hold 50 people. Ich muss jetzt gehen. I have to go now. Der Zug war überfüllt. The train was crowded. Tom war letzten Sonntag krank im Bett. Tom was sick in bed last Sunday. Was für eine schöne Blume! Was für eine schöne Blume! Ich will mit dir reden. I want to talk to you. Lass mich allein gehen. Let's me go alone. Let's me go alone. Hast du einen? Do you have one? Do you have one? Er hielt das Auto an. He stopped the car. Ich schlief ein, bevor mein Vater nach Hause kam. I fell asleep, bevor mein Vater nach Hause kam. I fell asleep, bevor mein Vater nach Hause kam. Ich brauche erste Hilfe. Halte dich am Seil fest. I need first aid. Halte dich am Seil fest. Halte dich am Seil fest. Hold on to the rope. Hold on to the rope. Wo ist die Toilette? Where's the restroom? Where's the restroom? Hat der Film schon angefangen? Has the movie started yet? Has the movie started yet? Er verwendet Honig anstelle von Zucker. He uses honey instead of sugar. He uses honey instead of sugar. Der Polizist hatte frei. The policeman was off duty. Sie spricht gut Englisch. She is good at speaking English. She is good at speaking English. Ich kann reiten. I can ride a horse. I can ride a horse. Er stand da. He was standing. He was standing. Es scheint draußen warm zu sein. It seems warm outside. It seems warm outside. Asien ist viel größer als Australien. Asien ist viel größer als Australien. Asien ist viel größer als Australien. Folge seinem Beispiel. Follow his example. Follow his example. Bitte folgen Sie mir. Dieser Laden hat viele Kunden. That shop has many customers. That shop has many customers. Ich habe einen hübschen Hund. Ich habe einen hübschen Hund. I have a pretty dog. Ich höre jede Nacht Radio. I listen to the radio every night. I listen to the radio every night. Wir alle schwiegen. All of us were silent. All of us were silent. Sie ist dabei zu gehen. She is about to leave. She is about to leave. Der Laden war geschlossen, als ich dorthin ging. The shop was closed, when I went there. Bitte beantworten Sie das Telefon. Please answer the phone. Please answer the phone. Sie wird es in 24 Stunden tun. She'll do it in 24 hours. She'll do it in 24 hours. Ich habe starke Kopfschmerzen. I have a bad headache. I have a bad headache. Du musst dein Zimmer sauber halten. You must keep your room clean. You must keep your room clean. Diese Trauben sind reif. These grapes are ripe. These grapes are ripe. Ich bin froh, dass es dir gefallen hat. I'm glad you enjoyed it. I'm glad you enjoyed it. Ich bin glücklich. I am happy. I am happy. Je früher, desto besser. The sooner, the better. The sooner, the better. Es ist schade, dass du nicht kommen kannst. Es ist schade, dass du nicht kommen kannst. Es ist schade, dass du nicht kommen kannst. Hat er recht? Is he right? Is he right? Er ist bei uns sehr beliebt. Er ist in der Lage, französisch zu unterrichten. 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 Niemand kann seinen Rekord brechen. Nobody can break his record. Nobody can break his record. Ich ging wandern. I went hiking. I went hiking. Ich würde dich gerne nächste Woche wiedersehen. I'd like to see you again next week. I'd like to see you again next week. Er beschrieb die Szene ausführlich. He described the scene in detail. He described the scene in detail. Komm und besuche mich. Come and see me. Entschuldigung, wer sind Sie? Excuse me, who are you? Excuse me, who are you? Sie ging widerwillig alleine. Warten Sie einen Moment außerhalb des Raumes. Wait for a moment outside the room. Wait for a moment outside the room. Wir haben mittags gegessen. We had lunch at noon. We had lunch at noon. Es war eine dunkle Nacht. It was a dark night. It was a dark night. Ich wünschte, ich hätte mehr Geld verdient. I wish I earned more money. I wish I earned more money. Ich habe kein Geld, um das Wörterbuch zu kaufen. Ich habe kein Geld, um das Wörterbuch zu kaufen. Ich habe kein Geld, um das Wörterbuch zu kaufen. Es könnte morgen regnen. Es könnte morgen regnen. Es könnte morgen regnen. Es könnte morgen regnen. Bitte schließen Sie die Tür leise. Bitte schließen Sie die Tür leise. Mein Bruder arbeitet in einer Bank. Mein Bruder arbeitet in einer Bank. Es ist geheim. Es ist geheim. Es ist geheim. Kannst du mir helfen? Kannst du mir helfen? Kannst du mir helfen? Sie lehnte meinen Vorschlag ab. Sie lehnte meinen Vorschlag ab. Sie verheirte meine Vorschlag. Ich werde von Montag bis Donnerstag hier sein. Ich werde von Montag bis Donnerstag hier sein. Sie ging von London nach Paris. Sie ging von London nach Paris. Eine Mehrheit stimmte gegen den Entwurf. A majority voted against the bill. Sie besuchen uns von Zeit zu Zeit. Sie besuchen uns von Zeit zu Zeit. Sie besuchen uns von Zeit zu Zeit. Er macht die Leute oft wütend. Ich bedauere, das gesagt zu haben. Ich bedauere, das gesagt zu haben. Ich bedauere, das gesagt zu haben. Ist dies Ihre erste Auslandsreise? Sie begrüßten mich mit einem Lächeln. Sie begrüßten mich mit einem Lächeln. Ich schätze, dass sie 40 ist. Er hielt an, um mit ihnen zu reden. Er hielt an, um mit ihnen zu reden. Sie sprach, als wäre nichts passiert. Sie sprach, als wäre nichts passiert. Sie übt jetzt die Geige. Sie ist jetzt die Geige. Sie sind hübsch. Sie sollten den Rat ihres Arztes befolgen. You should follow your doctor's advice. Dieses Lied ist in Japan sehr beliebt. This song is very popular in Japan. Es ist heute sehr kalt, nicht wahr? It is very cold today, isn't it? Sie sagte mir, sie kenne meinen Bruder. Sie sagte mir, sie kenne meinen Bruder. Das sind ihre Bücher. Those are their books. Ich weiß nicht, wo meine Uhr ist. Niemand konnte das Problem lösen. No one could solve the problem. Danke für den heutigen Tag. Thank you for today. Thank you for today. Hi, wie geht es dir? Hi, how are you? Hi, how are you? Mein Traum ist es, Feuerwehrmann zu werden. My dream is to be a firefighter. My dream is to be a firefighter. Warst du gestern Abend aus? Were you out last night? Were you out last night? Das Hobby meines Vaters ist das Angeln. My father's hobby is fishing. My father's hobby is fishing. Ich sah eine Katze hinter dem Hund herlaufen. I saw a cat running after the dog. I saw a cat running after the dog. Überprüfen Sie, ob das Gas ausgeschaltet ist. See if the gas is turned off. See if the gas is turned off. Dieser Tisch ist reserviert. This table is reserved. This table is reserved. Es fehlt nichts. Nothing is missing. Nothing is missing. Jeder liebt Musik. Everybody loves music. Everybody loves music. Es schmeckte süß. It tasted sweet. It tasted sweet. Ich habe ihn mehrmals getroffen. I've met him on several occasions. I've met him on several occasions. Ich kann ihn perfekt verstehen. I can understand him perfectly. I can understand him perfectly. Das ist Mary's Hund. This is Mary's dog. This is Mary's dog. Du kannst dorthin gehen. Dein Hund bellt mich immer an. Your dog always barks at me. Your dog always barks at me. Was machst du so? What do you do? What do you do? Du hast heute ein wenig Fieber, nicht wahr? You have a little fever today, don't you? You have a little fever today, don't you? Ich möchte dieses Paket nach Japan schicken. I'd like to send this package to Japan. I'd like to send this package to Japan. Er kommt heute aus Sydney zurück. He comes back from Sydney today. He comes back from Sydney today. Diese Bücher gehören mir. Those books are mine. Those books are mine. Wir werden uns nie einigen. We will never agree. We will never agree. Der Hund ging über die Straße. The dog walked across the street. The dog walked across the street. Wann wäre es für sie bequem? When would it be convenient for you? Möchtest du nicht noch ein Glas Bier? Wouldn't you like another glass of beer? Wouldn't you like another glass of beer? Das Messer ist nicht scharf. The knife is not sharp. The knife is not sharp. Mach keinen Fehler. Don't make a mistake. Don't make a mistake. Der Hund hat ein Loch gegraben. Er hat meine Frage nicht beantwortet. Er hat meine Frage nicht beantwortet. Kannst du heute Abend zum Abendessen kommen? Can you come for dinner tonight? Can you come for dinner tonight? Die Katze ist sehr süß. The cat is very cute. The cat is very cute. Komm und hilf uns. Come and help us. Come and help us. Weißt du, wann sie kommen wird? Do you know when she will come? Do you know when she will come? Wie lautet deine Adresse? What is your address? What is your address? Dein Bad ist fertig. Your bath is ready. Your bath is ready. Jeder Schüler hat Zugang zur Bibliothek. Every student has access to the library. Every student has access to the library. Verschütten Sie nicht die Bohnen. Don't spill the beans. Don't spill the beans. Er ging zuerst in einen Obstladen. He went to a fruit store first. He went to a fruit store first. Er hatte doch recht. He was right after all. He was right after all. Warst du schon mal in Tokio? Have you ever been to Tokyo? Have you ever been to Tokyo? Dieses Bier ist nicht kalt genug. This beer is not cold enough. This beer is not cold enough. Wo willst du hin? Where do you want to go? Where do you want to go? Ich nehme zu. I'm gaining weight. I'm gaining weight. Lass die Tasse nicht fallen. Don't drop that cup. Don't drop that cup. Ich habe ein Touristenvisum. I have a Tourist Visa. I have a Tourist Visa. Sie will Designerin werden. She wants to be a designer. She wants to be a designer. Nur wenige Schüler kannten seinen Namen. Few students knew his name. Few students knew his name. Ich eilte, um den ersten Zug zu nehmen. I hurried, in order to catch the first train. Wann spielst du Tennis? When do you play tennis? When do you play tennis? Ich lerne Musik. I'm learning music. I'm learning music. Ich habe keine Lust, heute Abend auswärts zu essen. I don't feel like eating out this evening. I don't feel like eating out this evening. Ich kann gut schwimmen. I can swim well. I can swim well. Er spricht Französisch. He speaks French. He speaks French. Diese Brücke ist alles andere als sicher. Das Brücke ist alles andere als sicher. Ich mag diesen jungen Mann. Ich mag diesen jungen Mann. Ich habe nicht an dem Gespräch teilgenommen. Ich habe nicht an dem Gespräch teilgenommen. Möchtest du, dass ich dir helfe? Would you like me to help you? Would you like me to help you? Eine dieser beiden Antworten ist richtig. Er schickte eine Karte an Mary. Er schickte eine Karte an Mary. Er schickte eine Karte an Mary. Ich habe viele Dinge zu erledigen. 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 Ich möchte meine Eltern anrufen. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Er erklärte mir die Sache. Ich mag keinen Kaffee. Ich mag keinen Kaffee. Ich mag keinen Kaffee. Ich mag keinen Kaffee. Die Schule ist zwei Kilometer weiter. Kannst du schnell laufen? Er saß zwischen Mary und Tom. Du bist dran mit dem Singen. It's your turn to sing. Diese Produkte verkaufen sich wie warme Semmeln. These products are selling like hotcakes. These products are selling like hotcakes. Ich war letzten Monat nicht in der Schule. I didn't go to school last month. Lass uns essen gehen. Let's have lunch. Ich bin immer noch beschäftigt. Sei nicht zu wütend. Don't be so angry. Don't be so angry. Wir haben herausgefunden, wo er wohnt. Brot wird aus Weizen hergestellt. Bread is made from wheat. Bread is made from wheat. Sein Ziel ist es, Arzt zu werden. His aim is to become a doctor. His aim is to become a doctor. Darf ich heute Abend ins Kino gehen? May I go to the movies tonight? May I go to the movies tonight? I'm going to the movies tonight? I'm going to the movies tonight. He is trusted by his parents. Ich habe vor zwei Jahren mit dem Rauchen aufgehört. Er wurde in Afrika geboren. Diese Brücke wurde vor zwei Jahren gebaut. Ich bat ihn, sofort anzufangen. Wir sind in ein neues Haus gezogen. Wir sind in ein neues Haus gezogen. Warum warst du gestern abwesend? Ich wünschte, ich hätte ein eigenes Haus. Ich wünschte, ich hätte ein eigenes Haus. Ich würde gerne Sushi essen. Diese Bluse ist aus Baumwolle. This blouse is cotton. Sag mir, was du willst. Tell me what you want. Ich mag sie nicht. I don't like her. Ich werde es selbst tun. I will do it myself. Ich werde es selbst tun. Sie war fünf Tage lang nicht in der Schule. Sie war fünf Tage lang nicht in der Schule. Ich spreche ein wenig Japanisch. Ich spreche ein wenig Japanisch. Das ist die größte Katze, die ich je gesehen habe. Das ist die größte Katze, die ich je gesehen habe. Ich werde mein Bestes tun. Ich werde mein Bestes tun. Ich werde mein Bestes tun. Würdest du bitte den Fernseher leiser stellen? Wie alt ist dein Großvater? Wie alt ist dein Großvater? Ein Troutan ist etwas größer als ein Huhn. A turkey is a little bigger than a chicken. Mach was du willst. Do as you like. Do as you like. Alle unsere Pläne sind schief gelaufen. All our plans went wrong. All our plans went wrong. Wie läuft das Geschäft? How's business? How's business? Wie heißt dieser Fluss? What is the name of that river? Sie folgt ihrem Bruder, wohin er auch geht. Sie folgt ihrem Bruder, wohin er auch geht. Er rannte in den Raum. Er rannte in den Raum. Ich hatte meinen Stift verloren. Die Box ist aus Holz gefertigt. The Box is made of wood. Was ist in dieser Box? Er weiß viel über Tiere. He knows a lot about animals. Sie liebt Katzen. She adores cats. She adores cats. Wessen Tasche ist das? Whose bag is this? Whose bag is this? Was wirst du tun? What are you going to do? Die Milch schmeckt sauer. The milk tastes sour. Es wird heute Nachmittag regnen. It is going to rain this afternoon. Mein kleiner Bruder kann Englisch lesen. My little brother can read English. Ich kann meinen rechten Arm nicht heben. I can't lift my right arm. Zucker löst sich in Wasser auf. Sugar dissolves in water. Ich fühlte mich hungrig. I felt hungry. Tom geht zu Fuß in die Schule. Tom goes to school on foot. Tom goes to school on foot. Ich sagte ihm, er soll kommen. I told him to come. I told him to come. Wir haben das Spiel verloren. We lost the game. Mach das Licht nicht aus. Don't turn off the light. Don't turn off the light. Lass es uns sofort beenden. Let's finish it right away. Let's finish it right away. Du magst Englisch, nicht wahr? You like English, don't you? Wirst du mir dein Fotoalbum zeigen? Will you show me your Fotoalbum? Darauf habe ich gewartet. Heute ist Montag. Heute ist Montag. It is Monday today. Nicht alle von uns können Englisch sprechen. Not all of us can speak English. Not all of us can speak English. Irgendwas stimmt nicht mit meiner E-Mail. Something's wrong with my E-Mail. Something's wrong with my E-Mail. Du musst hart lernen. You must study hard. You must study hard. Ich möchte diesen Brief nach Japan schicken. I want to send this letter to Japan. I want to send this letter to Japan. Viele von uns waren müde. Many of us were tired. Many of us were tired. Ich kann nicht schwimmen. I can't swim. I can't swim. Du bist nicht jünger als ich. You are no younger than I am. You are no younger than I am. Nur wenige Menschen können eine Fremdsprache perfekt beherrschen. Few people can speak a foreign language perfectly. Er hat viele Schwierigkeiten überwunden. He overcame many difficulties. Ich bin kein Student. I'm not a student. Warum sagst du das? Du siehst heute blass aus. You look pale today. Sie sind gestern mit dem Bus in den Zoo gefahren. They went to the zoo by bus yesterday. They went to the zoo by bus yesterday. Die Box ist fast leer. The box is almost empty. The box is almost empty. Wie viele Bücher hast du? How many books do you have? How many books do you have? Sie hat eine Tochter, die Pianistin ist. She has a daughter, who is a pianist. Ich half ihr beim Abwasch. I helped her wash dishes. Name und Adresse bitte. Name und Adresse bitte. Er ist ein guter Geiger. Er ist ein guter Geiger. Er spielt am Wochenende Golf. He plays golf on weekends. Jeder will glücklich sein. Everybody wants to be happy. Ich habe vor, heute Abend zu lernen. I'm planning to study tonight. Was hast du denn da? What do you have? Die Bremse funktionierte nicht. The break didn't work. The break didn't work. Das Telefon klingelte mehrmals. The telephone rang several times. The telephone rang several times. Ich fange an, mich daran zu erinnern. Ich fühlte mich sehr glücklich. I felt very happy. Ich hob meine Hand, um eine Frage zu stellen. Was machst du da? Was machst du da? Ich rauche und trinke nicht. Ich rauche und trinke nicht. I neither smoke nor drink. Mein Haus ist groß. My house is big. Er spricht kein Englisch, geschweige denn Französisch. He does not know English, much less French. He does not know English, much less French. Ich gehöre zum Baseball team. Ich gehöre zum Baseball team. Ich gehöre zum Baseball team. Ich will dich heiraten. Ich will dich heiraten. Ich will dich heiraten. Ich will dich heiraten. Wir hatten in diesem Jahr viel Schnee. Wir hatten viel Schnee. Wir hatten viel Schnee. Wir haben viel Schnee. Bitte machen Sie das Bett. Mein Zimmer ist nach Osten ausgerichtet. Ich habe Kopfschmerzen. Die Augen des Mädchens waren voller Tränen. Mein Geld wurde gestohlen. Mein Geld wurde gestohlen. Er scheint ehrlich zu sein. Er scheint ehrlich zu sein. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie habt ihr euch kennengelernt? Ihre Bücher verkaufen sich ziemlich gut. Her books sell pretty well. Sein Englisch ist ziemlich gut. His English is quite good. Es fehlt eine Gabel. There is a fork missing. Er wohnt neben mir. Alle Blumen im Garten sind gelb. All the flowers in the garden are yellow. Sie wohnen unten. They live downstairs. Ich würde gerne deine Schwester sehen. I'd like to see your sister. Nichts blieb im Kühlschrank zurück. Nothing remained in the refrigerator. Halten Sie Ihr Zimmer sauber. Es scheint mir, dass er ehrlich ist. It seems to me that he is honest. It seems to me that he is honest. Sie trägt einen Rucksack auf dem Rücken. She is carrying a backpack on her back. She is carrying a backpack on her back. Ich erwachte aus einem Traum. Eine Mücke hat mich gerade gebissen. A mosquito just bit me. Er wurde zum Präsidenten gewählt. He was elected president. He was elected president. Keine Nachrichten sind gute Nachrichten. No news is good news. Ein Pferd rennt schnell. A horse runs quickly. Da ich durstig war, trank ich Wasser. Since I was thirsty, I drank water. Ich bin nicht für einen solchen Plan. I'm not in favor of such a plan. I'm not in favor of such a plan. Er lachte trotz seiner selbst. Er lachte trotz seiner selbst. Wir werden es für dich aufbewahren, bis du gehst. Wir werden es für dich aufbewahren, bis du gehst. Wir werden es für dich aufbewahren, bis du gehst. Ich kann nicht aufhören, zu lachen. Ich kann nicht aufhören, zu lachen. Ich kann nicht aufhören, zu lachen. Ich habe einen schwarzen und einen weißen Hund. Ich will nichts Böses. Ich will nichts Böses. I mean no harm. Sie stand um sieben Uhr morgens auf. She got up at seven in the morning. She got up at seven in the morning. Du hast dein Licht angelassen. You left your lights on. You left your lights on. Er ist ein freundlicher Junge. Ich werde morgen abwesend sein. I'll be absent tomorrow. Sie beschloss, nicht an der Sitzung teilzunehmen. She decided not to attend the meeting. She decided not to attend the meeting. Woran sind sie interessiert? What are you interested in? What are you interested in? Loan in der Sitzung? What the hell? Das ist eine York move.